Gute Nacht gemacht. Ich war dabei. Heute ist es übrigens fast, glaube ich. Hier haben wir dann mal dran, wir haben gearbeitet hier mit mir, ich wollte sich mehr. Heute war da ein Stück besser, aber so wichtig, dass man da ein Schreck ist, da war auch noch nicht mehr. Also das ist, da war auch im Sommer hier immer noch mit mit Nerschutzung gediebt, oder sonst noch mal nicht.